ja und da sind wir wieder zurück mit dem toni ludi eckenfeier entschuldigung so hatte ich weiß nicht ob es dir schon aufgefallen ist hier oben gibt es noch munition falls du was brauchst da oben gab es noch munition da nehmen wir nochmal mit noch mal handgranaten hast du ja gesehen naja ich hab schon voll kann ja nur zwei tragen ach so hier muss man jetzt so gut und dann sagen wir einfach mal geht's los ne los geht vor du da jetzt steht hier ungefähr auf dem schiff und weg ist er ich lege hier noch mal dynamit hin wenn es denn geht jetzt sind wir hier auf dem steg wer hätte gedacht jetzt kommen mir bestimmt gleich böse leute wenn wir hier das funkgerät losgehen losgehen so wie ich höre versuch den nachkampf zu übernehmen ja ich glaube gleich am anfang kommen ja auch bei mir welche hoch aber da ist er aus dem wasser raus jetzt kommt es geht schon los hier ich könnte schon die ganze zeit nur bumm bumm sich bumm bumm sein soll sie töten ja bin ich doch dabei ja es findet ihr ja warte di mich ja 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 Und da hat's Boom gemacht Da steht noch einer Der fährt mir um Jetzt Und so ein Widerschütter Boom, Headshot War's da schon, ne? Ich fürchte nicht, ne Da kommen noch so einige Auf und zu Und der schläft immer noch Der kriegt das gar nicht mit hier Am Schreibtisch Der pennt ja einfach vor sich hin Blutet der? Der blutet ja Mit Nasenblut Ich treff einfach nicht Hä? Seid genau drauf Jetzt Boom Boom, boom, boom Boom, 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 boomerang Wenn die Folge hier rauskommt Dann wird der ESO wahrscheinlich schon draußen sein Denk ich mal Wenn wir schon ein bisschen ESO suchen Ich kann am Anfang noch nicht so aufspielen Ich werde bloß erstmal eine Charakterstellung machen Und dann später leider erst mit einsteigen Weil da noch ein bisschen was zu tun ist Aber wenn das fertig ist, so Mitte nächster Woche Dann werde ich auch erstmal eine Weide suchen Freue ich mich schon so auf das Spiel War eh so richtig geil, ne? Boom Ja, wir haben ja auch schon alle Betas mitgespielte Die haben ja schon Spaß gemacht Obwohl manchmal so ärgerlich Aus dem Wasser kommen sie Ja, Ärgerlichkeiten gehabt, ne? So mit den ganzen Lags und so Aber Das hat ja dann bei der letzten Beta War das ja nicht so schlimm Man muss sagen, also von Beta zu Beta Ist es wirklich sehr viel besser geworden Zeig dich nur das reine Metzelspiel, oder? Was soll das Riesenstrategie denn sein? Ich hab da mal ausdrüben mitgeschossen Na, fall doch nicht mehr um Das gibt's doch nicht Aber wie viel war denn, dass die hier noch kommen, ey? So weit mein Ende haben Jetzt, irgendwann müsste es vorbei sein, ja Aber ich hab jetzt gar nicht auf die Stoppuhe geklickt Müssen wir erstmal gucken, wie lange wir denn machen Aber wir haben ja gerade erst angefangen Da müsste das noch Eine Weide gehen, hier Ich würd sagen, halt levell ich noch zu Ende, oder? Ich weiß gar nicht mehr, war das dann schon zu Ende, oder? Ein bisschen Zombies schießen müssen wir noch Oh, da kommt wieder so ein dicker Links Keine Schuss mehr mit meinem Oh ja, da kommt der Habe ich noch Handgranaten? Ich hab noch Minen, warte mal Leg die Mine noch hin Ich verblute gleich Ich stehe schnell schnell Jo, Marvin Schon tot? Jo Deine ist wohl Wo müssen wir welcher sein? Da unten links war noch einer Jo, jetzt vorbei Jetzt hier erreicht Ja, ich stehe Erreiche, dass ich Funke Ach, das war hier oben, ne? Waren wir vorhin schon Ich sammle noch mal Ich sammle nochmal schnell hier was ein Munition Das brauchen wir glaube ich nicht, da ist ja sowieso vorbei Sicherheitshalber, ich weiß nicht mehr Guck mal, wollen wir noch eine Runde Karten spielen? Ja Du bist dran? Warte Momom Schummels doch Bisschen, wir haben nicht gestorben Ich glaube, da brauchst du mehr Schüsse, um mich zu schlagen Also zurück in die Höhle des Löwen Mission erfolgreich Was? Du hast 4000 Punkte mehr als ich, das kann ja wohl nicht sein Was? Hab ich? Ja Steht irgendwo die Differenz, ne? Achso Für Schuss Punkte insgesamt Krass Aber ich hab die höchsten Punkte für einen einzigen Schuss Zähl mich 14.000 Sagst du 1800 Das war mit deiner Mine, ne? Ich glaube, Schuss zählt nicht Für die Mine hatte ich 40.000 gekriegt Achso Was ja fast die Hälfte meiner Punkte ist Was dann ziemlich deprimierend Ja, ich glaube, einen waren hatten wir schon Also haben wir nur zwei gefunden Und gar keine Flaschen, hä? Wo sollen die denn gewesen sein? Ich weiß es nicht So, was steht hier noch alles? Höchste Punktzahl für Schuss, ja Da bist du vorne Ich bin insgesamt an den Punkten vorne Längster Schuss Bin ich auch weiter Ich hab den längsten Schuss gemacht Achso, ein Schuss Ja, ich denke mal, das war bei den Snipern jetzt zum Schluss hier Bei dieser Folge Ja, das kann sein Ich glaube, da hab ich gut abgesahnt Kopfschüsse per Fernrohr habe ich 87 Wie fährst du? Ähm, 56 Genauigkeit? Kills durch Sprengstock war ich 63 Genauigkeit von Schüssen mit Zielfeldrohrern 73% Ich bin 71 Ja Und was gibt es hier noch? Gesamte Spielzeit haben wir jetzt insgesamt 52 Minuten gespielt, okay Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen gibt es denn? Wird es denn geben hier? Du, ich weiß es auch nicht Ich denke mal so fünf oder so Ja, ich würde sagen, weiß ich nicht Willst du noch mit der nächsten anfangen? Oder jetzt erstmal Schluss machen? Nö, ich denke mal Das ist jetzt zwar eine sehr kurze Folge gewesen Aber wir machen jetzt einfach schon mal Schluss Dann fangen wir frisch mit der nächsten Mission dann einfach mal an Ja, alles klar Auf Wiedersehen, Leute Von heute Ciao Ciao